Moin Leute! Willkommen zurück zu Outlast 1. Weiter geht's. Gucken kurz, ob er die Dokumente gespeichert hat. Wir können die mal kurz lesen, wenn ihr wollt. Ich kann euch mal kurz entspannen an, dann lese ich die für euch durch. Ich kann euch mal kurz aus. Ich kann euch mal kurz aus. Komm. Tschüss. So jetzt geht's los, okay? Mit Bleistift auf die Rückseite eines Aufnahmenformulars, wer schreibt denn das? Ich weiß jetzt nicht, wo wir genau sind, aber naja... Ich glaube, letztens sind wir hier auch angehalten bei dem Dicken. Wartet kurz. So, Leute. Ich hoffe, hier ist irgendwo noch eine Battery, weil ich habe zwei Batterien noch. Auch wenn ich das letzte Mal, glaube ich, noch so eine Halbbatterie hatte. Warum hatte die andere Batterie nicht gespeichert, frage ich mich überhaupt. Zulfi ist auf, Kashti. Okay, geh mir mal hier durch. Ehrlich gesagt, ich weiß nichts Böses. Okay. 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 Jetzt wieder 800 Mh drehen. Okay. 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 Was ist das? Pisse oder Kacke? Pisse oder Kacke? Kacke oder Pisse? Wisst ihr was komisch ist? Wenn man da langt, muss ich auch noch. Oh, hi. Was hat das wieder da? Wieso dreht er sich wieder um? Alter, diese Lautstärke geht ja gar nicht. Warum kann man hier? Okay doch, die Lautstärke. Ich bin so ein großer Schisser in diesem Spiel. Ich hab auch ne Liste schon mal hier. Wo ist er? Und dann hat schon mal jemand gesagt, dass du hässlich bist? Denkst du da jetzt natürlich mal rüber? Ja. 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 Da muss doch noch eine Batterie rumliegen. 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 Ich habe noch eine Pause von Outlaws gefragt. Ich habe noch eine Batterie rumliegen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020